Die Vampir-Schwestern sind wieder da. Voll Biene. Mit einem neuen Abenteuer. Antanasia wünscht sich schon seit langem einen Nachfolger, der einmal die Herrschaft über Translivanien übernimmt. Unsere Herrscherin, Antanasia! Deswegen wird Antanasia versuchen, Franz zu holen. Unseren Franz. Euer Bruder ist mein. Ich hol Franz zurück. Saka! Die Reise nach Transilvanien. Transilvanien? Bitte, du musst mir helfen. Ich werde dir helfen. Ich bin Vampirjäger. Ich kann Dirk nicht mitnehmen. Da muss ich auch noch auf ihn aufpassen. Ach, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Dirk ist brillant. Ja, genau. Wird zu ihrer größten Mutprobe. Wardo. Sie ist gefährlich. Wirklich gefährlich. Wo sind wir hier? Das wird bestimmt der Thronsaal. Das Zentrum der schwarzen Nacht. Thronsaal, ja? Entdecke das vampirolaktische Geheimnis. Wie nicht, wie die anderen sind. Guten Flug. Denn wenn sich alle verändern, du bleibst, du bleibst, wie du bist. Die Vampir-Schwestern 3. Reise nach Transilvanien. Ich komme jetzt nach Hause. Und zwar so schnell wie möglich. Ab Dezember im Kino. Die Opahные Salts. Und zwar so schnell wie möglich. Vielen Dank.